Ja, hallo meine Süßen! Heute habe ich wieder ein Video für euch und zwar mein mehr oder weniger letztes Zahnspangen-Update. Besser gesagt ein Jetzt-Ohne-Zahnspangen-Update, weil wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, hoffentlich mitbekommen habt, habe ich am 11.11. Nein, um 10.30 Uhr, nicht um 11.11 Uhr, meine feste Zahnspange rausbekommen. Und ja, jetzt bin ich das Metall etwas los. Und ich dachte, ich mache ein kleines Update-Video darüber, wie das so war, wie ich das so fand und wie es mir jetzt geht, was jetzt noch alles ansteht und ja. Ja, wie gesagt, die Zahnspange ist draußen und das Ganze an sich war relativ angenehm. Also ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das wehtut und dass es ein bisschen unangenehm wird. Und ja, ich hatte ja den Termin und dann haben die erstmal geguckt und wir waren ein paar Tage vorher schon ein Bracket abgegangen. Was jetzt nicht so eine schlimme, weil wir kommen ja eher ab. Und das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das hat mich etwas schockiert, ausgerechnet drei, vier Tage vorher. Und ja, dann, das Abmachen ging an sich ganz flott. Ja, also die Brackets werden einfach so abgeknackt. Die gehen dann mit so einer komischen Zange dran und geht der Reihe nach da drüber und dann sind die ab. Und das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist, wenn die Bändchen, die hinten um die Backenzähne sind, abkommt. Und es ging aber auch, dass es ruppelt und zuppelt halt ein bisschen, es blutet dann auch ein bisschen, weil das Zangfleisch legt sich ja im Laufe der Zeit über die Bändchen. Und ja, alles in allem, das Abmachen waren vielleicht gefühlt ein paar Minuten. Danach kamen geschätzte drei Stunden Zähne drüber machen. Also sie sind dann mit allen möglichen Polier- und Putzgeräten darüber gegangen, dass der ganze Kleber und alles ab ist. Hinten dieses andere Klebezeug von den Bändchen und sauber machen und polieren und Zahnsteinen wegmachen und gucken, dass die ganzen Zähne ganz sind. Und ja, es ist auf jeden Fall alles ganz. Die ganzen Zähne sind jetzt schön gerade. Und ja, ich habe dann Abdrücke noch gemacht bekommen, weil ich habe mich für eine lose Spange entschieden als Weiterbehandler. Ich hatte halt die Auswahlmöglichkeit zwischen der losen Spange und diesem Retainer, dieser Draht, der hinter die Schneidezähne geklärt wird. Den fand ich aber ein bisschen doof. Zum einen ist der ziemlich teuer und ich bekomme nur einen von beiden bezahlt. Und zum anderen ist der halt, wie gesagt, für mich persönlich ein bisschen doof. Und da habe ich lieber die lose Spange. Vor allen Dingen hatte ich voll schon mal lose Spange, weil es sich gut damit klarkommt. Ja, dann habe ich also Abdrücke gemacht bekommen. Es wurde nur ein Rundenbild gemacht. Und ja, ich musste alle Päsings rausnehmen. Und dann durfte ich abends wiederkommen und habe meine lose Spange abgeholt. Und die habe ich in dieser schönen Box. Und ich habe jeweils für oben und für unten eine. Das sind die hier. Unten oben. Und ich zeige euch gleich noch aus der Nähe. Und die musste ich dann jetzt die ganze Zeit wirklich 24 Stunden quasi tragen. Außer zum Zähneputzen, Essen und so. Und jetzt musste ich sie nur noch nachts tragen. Ob ich die jetzt auch ewig weiter tragen soll, keine Ahnung. Ich habe im Januar wieder einen Kontrolltermin. Dann guckt sie, ob noch alles gerade ist und sagt mir, was ich weiter mit dem Tal tun soll. Und ja, ich zeige euch die jetzt erstmal. Weil meine Zahnspangenmacherin, ich habe keine Ahnung, wie der Beruf heißt, hat mir die extra ganz hübsch gemacht. Ich finde die total schön. Und weil mich noch einige gefragt haben, wie meine Spange denn aussieht, zeige ich euch die jetzt mal. So, da haben wir das Unterteil. Und ich habe die extra so, sie ist schwarz und hat dann so coole weiße Streifen da drin. Ich finde das total hübsch. Ich finde das schön, ja. Eine lose Spange kann schön sein. Hier haben wir das Oberteil. Das sieht genauso aus, von der Farbkombination her. Es ist halt nur größer. Ich meine, die meisten, die eine Spange hatten, kennen das wahrscheinlich, wie die so aussehen. Und ja. Ja, jetzt habt ihr das Ganze mal aus der Medien gesehen. Ich traf das gerade mal wieder weg. Und ich kann damit nicht schreien, also nicht anständig. Ich nutze damit ziemlich. Deswegen, weil ich sie jetzt nicht anziehen, weil das ist feinlich. Und ansonsten ist es halt eine Haltespange. Also es ist keine Spange, die jetzt noch irgendwas verschieben soll, sondern sie soll halt alles an Ort und Stell halten. Das heißt, im Normalfall, wenn ich sie anziehe, wie ich sie anziehen soll, drückt sie auch nicht. Sobald ich eben das verschoben hatte, drückt sie und schiebt sie wieder da, wo es hin soll. Und deswegen ist sie auch, stört sie eigentlich nicht großartig. Sie ist halt dann da, wenn ich sie anziehe. Und wie gesagt, ich muss sie jetzt nur noch nachts anziehen. Und das flirrt mich nicht wirklich. Ich habe ja schon Erfahrung mit dem nachts anziehen, weil ich muss ja mein Headgear zum Beispiel, meinen Außenbogen auch nachts tragen. Und ja. Einige haben auch gefragt, ob ich mich jetzt wohler fühle, ob ich es nochmal machen will, ob ich froh bin, dass ich es gemacht habe. Und ja. Ich bin definitiv froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe mich ja ziemlich spät und freiwillig dafür entschieden, mir die Spange machen zu lassen. Und ich bin wirklich sehr froh darüber, weil mich haben meine Zähne, vor allen Dingen die unteren Schneidezähne hier, schon gestört. Ich würde es, denke ich, auch wieder machen. Und ich würde es auch wieder genauso machen, dass sie es mir so spät machen lassen. Weil ich, wenn ich nachdenke, mit 13, 14, 15, 16, was auch immer, und gerade dann in der Schule und so, wäre ich, glaube ich, nicht so gut mit der festen Spange klargekommen, wie jetzt. Wie es jetzt war. Und ja. Und gut, ich hatte sie jetzt nur fast zwei Jahre. Ja, fast zwei Jahre hatte ich sie jetzt. Und das ist jetzt nicht so lange. Ich bin, Leute, die haben sie wirklich länger. Ich bin aber trotzdem froh, dass sie draußen ist. Auch wenn ich mich dafür entschieden habe, und auch wenn sie mich nicht wirklich gestört hat, bin ich trotzdem froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Das ist eigentlich logisch. Manche Leute verstehen das irgendwie nicht. Und ja. Für mich hat sich natürlich was verändert. Nicht nur, dass sie jetzt draußen ist und sich das dann komisch angefühlt hat am Anfang. Ich fühle mich jetzt wesentlich wohler mit meinen Zähnen. Und ja, ich lächle auch öfters. Auch öfters als mit der Schwange. Und ich lache und lächle auch ungezwungener. Das hätte ich zwar eigentlich nicht gedacht, weil ich habe die Spange nie bewusst versteckt und sie hat mich auch bewusst nicht gestellt, weil ich habe mich ja dafür entschieden und habe sie akzeptiert und so. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ungezwungener lachen kann und lächeln kann und auch öfters lächle. Und es gefällt mir auch wesentlich besser. Und es gefällt mir natürlich noch besser als vor der Spange. Weil vor der Spange hat es mir gar nicht gefallen. Und habe ich aber nicht wirklich zugegeben. Ist aber so. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt so direkt vergleicht, ist es definitiv so. Und ich bin wie gesagt ziemlich froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, ich glaube, das war es so an Fragen, die ich bekommen habe. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt und wenn sich noch irgendwas ändert, mache ich denke ich noch ein Video. Also wenn ich jetzt nochmal irgendwas anderes kriegen sollte, ich glaube es nicht. Aber wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir auch Fragen gerne schreiben. Ihr könnt mir auf Facebook schreiben, auf Ask, hier unter das Video drunter schreiben. Wie immer eigentlich. Und wenn genug Fragen zusammenkommen, mache ich vielleicht nochmal ein Video. Ihr könnt mir auch Fragen zu vorher schreiben. Also Fragen, die ich in den letzten Zahnspannen-Videos nicht beantwortet habe. Zu der Festungsspange, zum Headgear, zur Vorderspange. Also zu allem rund um das Thema. Wie gesagt, wenn genug Fragen zusammenkommen, mache ich halt nochmal ein Video darüber. Wenn nicht, denke ich halt, wenn sich nichts Gravierendes ändert, dass das jetzt das letzte Video zur Zahnspange war. Ich bin glücklich. Mir gefallen meine Zähne sehr gut, so wie sie jetzt sind. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video.